Das sind ganz normale Händler, oder? Sieht so aus. Eine Schöpfung, naja, schwere zwergische Spiegel aus Drachenknochen, nicht schlecht, aber auch nicht billig. Minus 5 Magie. Der bringt aber auch nicht viel. Mal gucken, was er sonst. Schild der Legion. Großer zwergischer Rundschild. Gürtel des Zerstörers. Großmeister Kalteisenrohn. Silbernsymbol mit Ätzung. Das war's schon. Vielleicht sucht ich doch hier die schweren zwergischen Stiefel. Die ganz viele Lehmsteine. Was macht man damit? Naturresistent. Ich nehm mal die. Dafür kriegst du von mir. Das ist minus 1 Geschicklichkeit. 7,5 ist nicht schlecht für den Kurzbogen, oder? Überhaupt nicht. Reichweite 25, Reichweite 40. Ja. Ja. Hm. ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du? Ach, du hast ja gar keinen Bogen. Du bist zurück? Nicht um Ruggs Land zu nehmen, nein. Nicht um Rugg zu bestehen. Nein, 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 nein. Rugg hat einige Sachen aus dem Lager, aus den Netzen, du gibst dafür Glitzerwünzen, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja, Rugg mach ich. Ich schlage, kriege ich ja sowieso nichts. Komisch, wo du das Geld jetzt irgendwie hernimmst. Und darf nicht jeder traben. Und darf nicht jeder traben. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Vielen Dank. Hm, Großmeister-Kalteisen-Ruhne. Viel zu teuer. Drum unterhalten wir uns. Erstmal noch mal richtig speichern hier. Wegen dem Speicherort. Mal gucken, was er noch so weiß. Du bist zurück? Nicht nur Ruck, lass uns nicht, nein. Nicht nur Ruck, du bist nicht. Ruck? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Keine Fehler, keine Mutter, keine Wabe, denke uns, Einkommen und Kissen und folgliche Morde. Ruck, verdient gute Erinnerungen nicht. Nein, 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 nein. Sie wussten nicht, was ich tat. Ich wollte sehr, sehr, sehr wütend. Und dann war einer tot. Sie wollten Ruck in die Minen schicken. Wäre ich in die Minen, hätten sie es erfahren. Alle hätten es erfahren. Also kam ich hierher. Wenn du isst, wenn die Dunkelheit in dir ist, vermisst du das Licht nicht mehr. Du weißt das, oder? Ruck kann es sehen. Er sieht die Dunkelheit in dir. Nein, 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 sie darf nicht. Sie kennt einen Jungen, einen kleinen Jungen mit leuchtenden Augen und einem Hammer. Und sie darf das nicht sehen. Du musst versprechen, gelobt schwören, dass du nichts sagst. Ja, ja. Sagt der Mutter. Ruck ist tot. Er ist doof. Seine Knochen verrötten im Blatt der Krieche. Und sie sollen nicht mehr nach ihm suchen. Ja, das ist Ruck. Tote Knochen, die zu Staub zerfallen, wenn du sie berührst. Gute Freude ist zurück. Gute Freude macht Ruck nicht Erinnerung ans Licht. Wie kann Ruck, Freund, helfen? Ich beantworte deine Fragen. Stücke von Sachen, nur Stücke. Die Grieche haben fast alles weggenommen. Sie nehmen Sachen aus Stahl und Sachen aus Papier. Sie nehmen was glänzt und sie nehmen die Worte. Die Worte. Sie bringen in ihr großes Nest, das Nest für die Eier. Was glänzt, legt sie hinein. Jawohl. So lange her. Ich muss denken. Fünf Jahre? Nest? Ruck, Teltgeruch und Anblick der Stadt nicht her. Ich beantworte deine Fragen. Dann habe ich getan, was du wolltest. Ruck hat deine Fragen beantwortet. Dann gehst du? Du lässt Ruck sein Land behalten. Ich glaube, da war noch eine Frage, die ich übersehen hatte. Oder die ich nur nachstellen wollte, aber dann kam ich in einen anderen Dialogzweig rein. Wann bist du hier angekommen? Nee, ich glaube, ich habe doch schon alles. Hast du etwas Ungewöhnliches gefunden? So lange her. Fünf, sechs, fünf Jahre? Fünf Jahre? Setzt? Ruck, Teltgeruch und Anblick der Stadt nicht her. Habe ich doch alles gefragt, oder? Ach, von wie hast du hier überlebt? Das wollte ich Ihnen noch fragen. Wenn die Dunkeln hier waren, blieb ich im Schatten. Im Schatten sehen sie nicht nach, wenn du ruhig bist. Wenn du ihr Fleisch isst. Die Dunkeln glauben dann, du gehörst zu ihnen. Sie lassen dich in Ruhe. Aber jetzt sind sie fort. Ich denke, nach Süden. Weit, weit nach Süden. Darin ruft sie der Dunkle Meister. Der Dunkle Meister machte auf, rief seine Kicke und alle gingen zu ihm. Ich würde auch gehen, ihn ansehen, weil er so schön ist. Der Dunkle Meister machte auf, rief seine Kicke und alle gingen zu ihm, aber Ruck ist ein Pfeil Kicke. Die Griecher, sie essen immer die Kleinsten von den Dunklen. Jetzt haben die Griecher Hunger. Dann habe ich getan, was du wolltest. Aber was ich finde, nehme ich mit. Und jetzt muss ich da rüber. Über diese Brücke. Und da hinten ist was? Branka? Raxhöhle. Ach ne, da war ich ja schon. Ich muss... Kann ich hier nicht durch? So da rum? So. Gucken. Habe ich das nicht schon probiert? Dann bin ich jetzt... neben vorbeigeschnecken da bin ich hin ich treffe du nicht naja ok jetzt habe ich den stein gullam auch auf dem hals wie einer ist schon tot ja ja lauf den stein gullam komm hau drauf jetzt auf die beiden klicken da oben er ja 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 Schaut da mal nachher steht auch eine nächste Schammer auf jedem steht da irgendwie so ein Typ wo ist denn jetzt mein meine nächste Person Nein ich wollte erst noch mein da kommen wir jetzt noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr guck mal wie viel das noch sind mein vierter Mann wo liegt der rum das ist doch die große Frage ach ihr seid doof ihr müsst es ein bisschen mit Strategie machen sonst wer da einfach nur krepieren wie Idioten halt wie Idioten halt krepieren jetzt kommt mit wir müssen unseren vierten mann suchen und ich bin der okay jetzt erstmal erholen da dir fehlt doch was das 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 In einer Belohnung, natürlich. So sei es, ihr werdet belohnt, und ich werde ein andermal mit dieser Welt spielen. Den willst du dich doch nicht anlegen. Oh, 25 Gold. Auch nicht schlecht. Dann mal auf die andere Seite, oder? Ja, aber langsam. Du. Fernkampf. Du. Und du. Verstehender. Fernkampf. Dann stellen wir uns hier hin und schießen auf die Typen da. Ja. 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 Ja.